Der Flugplatz ist praktisch da hinten, die Wiese. Nicht asfaltiert. Nein, nein. An der Hände ist die Zugspitze drin, in dem Paradex. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben noch knapp eine Minute, bis wir eindrehen in den Queranflug. Wir haben noch knapp eine Minute, bis wir eindrehen in den Queranflug, Pistar 17. Es ist nicht, was die Pistar 17 jetzt ist, normalerweise? Richtung Süd, 170 Grad. Achso, ok. Wir haben noch knapp eine Minute, bis wir eindrehen in den Queranflug, Pistar 17. Wir haben noch knapp eine Minute, bis wir eindrehen in den Queranflug, Pistar 17. Mit dem Queranflug, Pistar 17. Wir haben noch knapp eine Minute, bis wir eindrehen in den Queranflug. Das ist eine kurze Ausfrage. Das ist eine kurze Ausfrage. Wenn der Wind etwas weitergeht, dann ist das eine kurze Ausfrage im Queranflug. Das ist das mit dem Queranflug. Gibt es irgendwelche Landeklappen raus? Wie geht das? Ich hier elektrisch. Das ist mal ein Foto, genau. Das ist mal ein Foto. Das ist mal ein Foto. Der Einen, kurz dahinter, Flug anziehen. Wollt ihr gleich noch, Frank, oder? Ja, ich stehe jetzt hinten in den Piloten aus Kanschluss. Ja. Der Einen, ich bin angenommen. Bis zum nächsten Mal.